Zünftig geht's zu. Im Gasthaus Brauerei Max und Moritz hoch über Cresbronn gelegen mit herrlicher Aussicht auf den Bodensee und Alpenpanorama. Die gute Stimmung rund um Essen und Trinken ist eines der Markenzeichen des Hauses. Auch den Kleinen wird es nicht langweilig. Hier können sie sich nach Herzenslust austoben, während die Großen Unterhaltung und Zeit zum Genießen finden. Das Familienunternehmen bietet neben hausgebrauten Bierspezialitäten eine kreative, gute Küche mit frisch und sorgfältig zubereiteten Speisen. Eine wechselnde Speise- und Aktionskarte mit pfiffigen Ideen ergänzt die Auswahl und rundet das umfangreiche Angebot ab. Großen Wert legt man darauf, möglichst viel selbst herzustellen und auf Fertigprodukte möglichst zu verzichten. Im Sommer ist jeden Mittwoch Grilltag mit herzhaften Spezialitäten. Besonders beliebt ist Max und Moritz für Veranstaltungen aller Art, bei schönem Wetter natürlich im Freien. Aber auch Brauerei-Besichtigungen vorbei an Sudkessel, Läuterbottich, Gärkeller und allem, was ein gutes Bier braucht, werden gerne wahrgenommen. Probieren Sie einen Schluck und füllen Sie sich ein selbstgebrautes aus den vielen verschiedenartigen naturbelassenen Sorten ab. Max und Moritz, eine echte Erlebniswelt für die ganze Familie. ... ...